stark machen ist eine initiative die wurde vom bildungsministerium ins leben gerufen mit topsportler mit medaillengewinnern wollen wir junge menschen zu mehr sport und bewegung animieren ich finde es cool dass es solche aktionen gibt wie stark machen vor allem finde ich super dass sich die das bundesgymnasium 10ergasse dafür angeboten hat ich war ja selber auch drei jahre lang in der schule habe maturiert so eine aktion ist immer super ich meine wir als leistungssportler kommen immer extrem gerne auf schulen und sehen motivierte junge kinder man hat sofort gesehen wie die sportler und sportlerinnen da bei uns am kunstrasenplatz gestanden sind dass unsere schüler und schülerinnen wirklich begeistert waren und motiviert waren mit anderen etwas zu tun ist ganz einfach gut für die seele gut fürs herz und gut für den kopf und das in gemeinschaft zu machen stärkt wieder das wir ich bin stark mit meinem wir wird es auf jeden fall allen kindern so wie möglich weiter empfehlen und man kann nur davon profitieren stark machen